Hey Leute, willkommen zurück beim... Ha ha ha! Oh, es tut mich erschreckt, Nick. Bei Fallout? Schön, wir müssen hier das Band einlegen. Gut. Aktiviere Satelliten und empfange Signale. Bitte zurücktreten. Okay. Beschäftigt. Okay. Okay, ich bin bereit. Gegner können kommen. Ich hoffe jedoch keine. Okay. Gefunden. Funknachrichtig... Was? Äh. Äh. Mhm. Okay, und jetzt muss ich es einlegen, oder wie? Das versteht ja kein Mensch. Turmstatus aktiv. Holoband. Gut. Gut. Abgeschlossen. Übertrage die Datei mithilfe des Terminals des Sendeturms. Dateien übertragen. Okay. Ich hab vergessen, was es war. Äh. Wird hochgeladen, wird hochgeladen. Dateien ist im Server bereits vorhanden. Übertragung abgebrochen. Übertragung abgebrochen. Ja. Gut. Übertragung abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Na schön. Okay, super. Super. Äh. Dann gehen wir... ...zur Karte. Au. Hört ihr das? Ach komm, das laufen wir. Das laufen wir. Ha. Ah, Loading Screens werden überbewertet. Ein bisschen... Ein bisschen Reiz soll ja dabei sein. Wartet. Oder ist da Wasser dazwischen? Da ist Wasser dazwischen. Okay. Wir gehen nach vorne, folgen der Straße und gehen über die Brücke. So ist der Plan. Nach vorne, über die Straße, über die Brücke. Töten von Gegnern. Exakt. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Ihr wisst, was passieren wird. Wir werden nicht nur sterben. Nein, nein, nein. Ah, wir werden... Äh. Abgelenkt werden. Hier ist die Straße. Seht ihr? Seht ihr? Okay. Äh. Nuka, du hast mir geschrieben, irgendwo gibt es noch eine legendäre Waffe. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab's vor ungefähr fünf Minuten gelesen. Aber ich hab vergessen, wo. Ich hab vergessen, wo. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Äh. Entschuldigung. Ich darf doch sehr bitten. Ritter der Bruderschaft. Holy Jesus. Alter, jetzt... Auch du noch. Du dummes Vieh. Oh. Die haben einen Raketenwerfer. Das hör ich doch. Ritter Sergeant. Alter, ich hab gerade deine... ...deine Brüder in der... ...stählernen Rüstung weggeballert. Und du willst es wirklich noch wissen? Naja, gut. Okay. Okay. Du siehst friedlich aus, mein Lieber. Nicht verrostete Blechdose. Lasergewehr. Super, super, super. Du hast... ...eine gute Ausrüstung, mein Freund. Eine gute Ausrüstung. Was habt ihr hier, meine Lieben? Fusionszellen. Ja. Genau. Genau. Okay. Raketenwerfer, den... Du hast... ...du hast es einen noch. Richtig? Nick, du hast es einen noch. Gut. Dann lasst uns auf die Karte sehen. Okay. Wir müssen hier auf die... ... ... Ich wollte hier auf die Straße. Okay. Hier ist das. Und hier ist die Fabrik. Eigentlich müssen wir... ...genau diesem Weg folgen hier. Hier. Exakt. Exakt. Ist das eine Straße? Das ist keine Straße, Pax. Ha! Ah. Wo ist die Straße? Ich habe die Straße aus der Sicht verloren. Sind wir richtig? Sorry. Ich habe gerade... Ich tue mich gerade etwas schwer. Okay. Wir müssen nach rechts. Wir müssen nach rechts. Gibt es hier eine Straße? Ja, hier. Okay. Sehr schön. Okay. Wir haben die Brücke wieder gefunden. Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch. Ah. Ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Die gehören nun mal dazu. Bei einem Let's Play von Mr. Pax. Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Was willst du mir damit sagen? Hast du irgendwas gesehen? Ah. Hier waren wir. Hier haben wir... Haha. Das waren wir. Exakt. Genau. Äh. Familie Signal. Okay. Das... Wir kommen danach zurück. Haha. Ah. Holy moly. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es schon wieder vergessen. Okay. Naja. Meierlerk? Macht ihr das was, Nick? Okay. Siehst du? Sogar gegen die Meierlerks macht das Schaden. Oh. Todeskralle. Ich schieße. Das ist das. 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 Ich schieße einfach. Komm her. Oh. Oh. Da kommt wer. Da kommt wer. Da kommt wer. Da. Das. Da freut sich jemand mich zu sehen. Komm her. Komm her. Todeskralle. Oh. Verdammt. Oh. Warum hast du ein abgenutztes Klemmbrett? Bist du der Buchhalter der legendärer Raider? Bist du der Buchhalter der Todeskrallen? Komm her. Legendärer Raider. Ist ein guter Kampf. Das wolltest du sagen. Richtig. Mächtig. Mächtig. Boxhandschuh. 25% mehr Schaden. Das ist super. Warum nehme ich das Zeug eigentlich noch mit? Ich verkaufe es ja doch nicht. Ich nutze es auch nicht. Es sind einfach Andenken. Andenken. Die ich niemals wieder begutachten werde. Wo ist der andere Raider? Das waren doch... Ne. Du bist der legendäre Raider. Wo ist der andere? Verdammt. Das ist kein Raider. Das ist nur... Na gut. Dann bleib eben tot. Du dummer Hund. Wir laufen schneller ohne Waffe. Das habe ich auch mal gelesen. Naja. Na okay. Hier waren wir schon 7000 Mal. Hier haben wir schon 8000 Quests gemacht. Richtig. Wir waren nur 7000 Mal. Hier haben wir 8000 Quests gemacht. Das ergibt Sinn, Leute. Das ist das Amt für Alkohol, Drogen, aber Schusswaffen und Laser. Mindestens 1, davon muss es liegen. Und warum sollte ein Geschützturm eine große Kamera bewachen? Ihr Trottel. Ihr Trottel. Was zum Teufel war das? Äh, das war ich. Das war immer noch ich. Dich habe ich auch erwischt. Eine Granate, 2 Raider. Eine Granate, 2 Raider. Das ist doch super. Das bin ich. Ich sagte es bereits. Der bin immer noch ich. Beruhigt euch. Hallo. Einsteiger. Na schön. Was muss ich hier eigentlich machen? Ich habe es vergessen. Müssen wir hier jemanden retten? Jemanden finden? Hier waren wir auch schon 10.000 Mal. Richtig. Das haben wir auch schon 3000 Mal geknackt. Naja. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Red Axe. Naja. Und ein Stim. Okay. Knallt sie ab. Knallt sie alle ab. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Hallo. Ja. Naja. Das ist. Hi. Exakt. 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 Wir sind hier, um zu töten. Meine Lieben. Wir sind hier. Was war das? Um zu töten. Könntest du kurz warten? Ich bin hier noch am Plündern. Okay? Ja. Danke, Nick. Dass du mich mal lobst. Das ist. Warte. Äh. Hier. Kampfgewehr. Na. Du nimmst mit, was du tragen willst. Nick. Ist das okay? Ich auch, mein Lieber. Ich auch. Wenn du verstehst, dass ich... Okay. Wo seid ihr denn alle? Wo sind die denn noch? Ich will erst aufräumen, bevor wir hier zum... Zur Markierung gehen. Okay? War das ein Kopfschuss? Ich würde sagen, ja. Ich lass das so gelten. Ich lass das so gelten. Ich bewege mich kurz hier durch. Ich weiß, das Ziel ist nicht hier. Hier da. Das hat... Das hat wieder... Okay. Es hat wieder Munition. Das finde ich super. Hier noch mehr Munition. Ja, wem sagst du das? Wem sagst du das? Hier noch eine... Mini-Atombombe. Das ist doch super. Das ist doch super. Leute, seht euch das an. Hier. Ja, seht euch das an. Aber, aber, aber... Nicht Splittermine. Nee, das interessiert mich dann doch eher weniger. Ah, okay. Okay. Oh, okay. Das war zu viel. Das war zu wenig. Na, verdammt nochmal. Okay. Ein bisschen. Verdammt nochmal. Yes. Das ist tatsächlich schön. Neun Raketen. Holy moly. Ja, da hast du recht. Ich hätte viele Dinge tun sollen. Sieh dir mal meine Kommentare auf YouTube an. Dann weißt du Bescheid, mein Lieber. Dann weißt du Bescheid. Und dann weißt du auch, dass ich das nicht tue. Weil ich dumm bin, okay? Weil ich dumm bin. Naja. Okay. Hallöchen. Popöchen. Terminal. Einsteiger? Du lebst doch, mein oh Mann. Ne, ich bin auch erstaunt. Aber guter Punkt. Danke. Teddybär. Ich speichere. Na, sind wir gleich doppelt sicher. Da sind wir gleich doppelt sicher. Hallo? Ich finde, die Tesla-Kanone ist einfach etwas schwer. Deswegen schwitze ich vielleicht aber nicht von hier den Gegnern. Die, das ist doch, das wäre doch gelacht. Nuka meint, ich soll die noch aufwerten, damit sie noch mehr Schaden macht. Und das unterstütze ich, das unterstütze ich, ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich das überhaupt kann, weil ich hier nicht sonderlich viel investiert habe in die verschiedenen Punkte. Kann ich das? Das erkläre ich sicher nicht. Das benötigt höhere Stufe. Warte, Nick. Ich weiß, du könntest das. Ich gehe zuerst zum Einsteiger-Terminal, weil das Experten-Terminal haben wir sicherlich nie gehackt. Richtig? Ah, ich glaube, das ist dann nur für Water. Zwei Treffer. Okay. James. Das hat das A und das E. Einen Treffer. Okay. Rates hat ebenfalls das A und das E, aber auch noch das S mit James. Somit kann es das nicht sein. Armed. Hat nur das E mit James. Das würde passen. Aber nur das E mit Water. Somit kann es auch das nicht sein. Wiped. Hat das W und das E mit Water. Das würde passen. Das E mit James. Richtig? Ja, das passt doch. Das passt nicht. Verdammt nochmal. Okay, okay. Wir haben noch einen Versuch, Leute. Under. 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 Hat das E mit Wiped. Richtig? Das ist das Einzige. Dann mit James hat es ebenfalls nur das E. und mit Water hat es das E und das R. Also. Sehr schön. Nur für... Oh, verdammt. Gefangener. Letzter. Luke Paul Johnson. Der interessiert uns nicht. Datei beschädigt. Aktualisierung. Opie Hurst. Naja. Wir wollen Eddie Winter. Jack Ratz. Gibt es einen Eddie Winter hier? Weil, äh... Datei beschädigt. Okay. Das war dann auch... Naja. Den hast du aber schnell geknackt. Das ist... Danke, Nick. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Aber wenn wir schon hier sind, mein Lieber. Komm mal her. Nur Krims, Krams. Nick! Verdammt nochmal, Nick! Komm jetzt. Okay. Komm. Komm. Hier. Hey. Hast du was auf dem Herzen? Hier. Hier drüben. Na klar doch. Kannst du das? Ich dachte... Kann ich dich das nicht hacken lassen? Hey. Nick. Guter Plan. Äh. Das ist nicht der Plan. Wie kann ich dich denn das jetzt... Alles gut. Hör zu. Nick. Hier. Gern doch. Du gehst einfach da hin. Was? Kannst du das jetzt bitte knacken? Geh dorthin. Nein. Ich bin erledigt. Wie geht das? Hier. Zu gut geschützt. Ja. Warte da. Nein. Nein. Ich bleibe dann mal hier. Das Ding kann ich nicht hacken. Nein. Komm schon. Na gut. Okay. Leute. Ihr werdet mir sicherlich gleich sagen, wie ich das hätte tun können. Ich offensichtlich immer noch ein Trottel bin. Naja. Okay. Wir haben hier gut weggeballert. Das waren wir das? Ja. Das waren offensichtlich wir. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah. Okay. Und das ist dann wieder der Ausgang. Okay. Ich hab's verstanden. Auch das darf mal sein. Auch das darf mal sein. Na schön. Lebt hier noch wer? Hallo? Nikolas. Wartet. Was ist das? Das ist... Eine Waffenwerkbank. Croft. Okay. Wir sehen es uns gleich zusammen, Mann. Tesla-Kanone. Scrap. Warum ist das jetzt auf Englisch? Ja, seht ihr. Ich kann leider nicht. Ah. Okay. Weil ich das Zeug nicht habe. Ach. Okay. Das war natürlich dumm. Naja. Okay. Das ist nicht... Das ist nicht der hellste Part. Okay? Das ist nicht der hellste Part. Du warst bereits hier. Hast du was... Könntest du aus dem... Könntest du aus dem Weg gehen? Ah. Verdammt. Conny. Dich hat's also doch noch erwischt. Waren wir zu langsam. Ja. Was ist das? Knochen der linken Hand? Ah. Das ist deine linke Hand, mein Lieber? Okay. Wiedergabe. Musikkatalog. Abgeschlossen. Spiele das FM-Holoband ab. Warnung. Netzwerkfunktion gesperrt. Einige Funktionen sind gesperrt. Geben Sie bitte ein Passwort ein. Finde ein Passwort oder hacke das Holoband. Um Zugriff zu erhalten. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch. Okay. Verschlüsselung knacken. Hacker 3. Passwortliste erzeugen. Audioaufnahme durchführen. Abschriften. Oh, verdammt. Lade Stimmaufzeichen. Weiße Stimmmuster. Namen zu. Eintrag der Person Conny gefunden. Eintrag des Ziels nicht gefunden. Führerabschritt durch. Wir haben versucht, einen schwarzen Teufel zu rufen. Ach. Wir wollen ihn dazu bringen, die Farben zu schützen. Damit unverständlich. Unbekannt. Der Mann, nach dem Sie suchen, ist kein Held. Er ist ein Dieb. Und die Rüstung, die er trägt, ist rechtmäßiges Eigentum der Enklave. Sie reden Unsinn, Kumpel. Der Teufel ist ein Wächter. Er beschützt die Farben vor Abschaum wie ihn. Ihre Meinung ist irrelevant. Wir wollen nur wissen, wo wir ihn finden können. Versuchen Sie es doch mal auf einem Polizeirevier. Ich hörte, wie ich hörte, putzt er da tagsüber die Toiletten. Vielleicht sollten Sie mal ganz tief in eine reinschauen. Sergeant Hodges, seien Sie so gut und geben Sie mir den Hammer. Das war wohl seine Hand. Okay. Äh, Connie Hodges. Okay. Sie vergabten unsere Zeit. Wir wissen, dass Sie Informationen über die X02 haben. Na schön. Geben Sie mir Papier und einen Stift. Ich kann Ihnen eine Karte zeichnen. Unverständlich. Und eine Zigarette. Ich muss rauchen, damit die Kreativitäten, die kreativen Säfte fließen. Möchten Sie vielleicht auch noch etwas trinken oder eine Massage? Officer Bradley hier. Leiste mit seinen Fäusten ausgezeichnete Arbeit. Was ich brauche, ist eine Zigarette. Aber nicht nur eine, sondern eine ganze Schachtel. Okay, Connie ist folterresistent. Sorry, ich mag diese Geschichte. Ich will das jetzt lesen. Was soll das bedeuten? Untersucht die Wand. Wussten Sie das nicht? Da steckt der Teufel im Detail. Er weicht absichtlich aus. Also wenn Sie ihn nicht finden können, sollten wir ihn vielleicht rufen. Dazu müssen Sie nur sein Lied singen. Es reicht jetzt mit der hinterhalte Taktik. Sagen Sie uns, wo die Rüstung ist. Oh, beautiful for spacious skies. For amber waves of grain. Nicht das schon wieder. Oh, purple mountain majesties above the fruited plain. Meine Güte, bringt dir mal jemand zum Schweigen. America, America. God shed his grace on thee. Vorsichtig, durch Folter können seine Aussage unbrauchbar werden. Mir egal. Ich will einfach nur, dass Sie ihn gottverdammtes Maul stopfen. Fehler. Keine Textübereinstellungen gefunden. Na schön. Hodges. Sir, wir haben die Rüstung gefunden. Es war nur eine Vermutung, aber basierend auf den Aussagen des Gefangenen haben wir die Polizeireviere in der Nähe untersucht. Wie sich herausstellt, gibt es einen Servicetunnel unter der Rationsstelle der Polizei von Boston, der den Beschreibungen entspricht. Gute Arbeit, Sergeant. Sind Sie sicher, dass die Bergung kein Problem sein wird? Hodges. Wir arbeiten bereits daran, Sir. Was sollen wir mit den Gefangenen machen? Lassen Sie ihn hier. Wenn er Glück hat, verblutet er, bevor ihn die Raider finden. Okay. Laufwerk voll. Okay, ich hätte gerne eine Aufnahme gemacht. Okay. Erstelle Liste. Okay, das ist schwierig. Nicht gefunden. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. Ah. Connys Geständnis. Untersuche die Wand. Das habe ich vorhin schon gelesen. Untersuche die Wand. Na schön. Wir untersuchen die Wand. Nick. Untersuch die Wand. Was haben wir hier? Er wollte doch. Er wollte doch Zigaretten. Zigarettenpapier lesen. Das Passwort lautet. El Diablo viene. Der schwarze Teufel. Wer hätte es gedacht. Wer hätte es gedacht, meine Lieben. El Diablo. Viene. Oh Bella Ciao. Bella Ciao. Bella Ciao. Ciao. War das der Hammer, der deine Hand zertrümmerte. Jetzt muss ich das wieder finden. Verdammt. Hilfsmittel. Nein. Kleidung. Nein. Diverses. Oh verdammt. Äh. Ne. Das war es nicht. Das war es alles nicht. Oh verdammt. Ich habe vergessen, wie es hieß. Wartet. Karte. Nein. Daten. Verdammt. Hier. Finde das Passwort oder hacke das Holoband. Wie heißt das Holoband? Okay. Aktivierung umschalten. Nein. Zusammenfassung zeigen. Okay. Ich habe das Passwort für das Holoband in der Wand verschenkt. Sicher. Ich muss den Namen des Holobands wissen. Ach. Bluch nochmal. Okay. Das kann sich nur um Stunden handeln. Äh. Connys Notiz. Connys Geständnis. Äh. Hier. Connys Notiz. Ich brauche Connys verdammtes Band. Der schwarze Teufel. El Diablo. Oh. Ich habe es. Ich habe es wieder vergessen. Ne. Ich habe es wieder vergessen. Ach. Eddie Winter. Nja. Ich bin wahrscheinlich schon 700 Mal darüber. Richtig. Richtig. Ach. Verflucht. Naja. Okay. Ah. Wir haben viel zu viel Dreck hier bei uns. Ihr habt gesagt, ich soll das Zeug mal ablegen. Ihr habt ja recht. Ich weiß es ja. Ich weiß es ja. Äh. Ne. Das ist. Das ist nicht das. Das ist alles nicht das. Das ist alles nicht, was ich suche. Okay. Das ist eigentlich Gewicht, diese Lunchboxen. Nein. Ja. Das wenigste hier hat wirklich Gewicht. Vielleicht sollte ich nicht aufs Gewicht achten, sondern auf die Namen. Passwort. Passwort. Ich will keine Passwörter. Was nicht? Was mit X oder so? Rückrufcodes. Safe Kombination. Schlüssel. Verfluchtschule. Chance. Sprach. Starken. Tattoo. Tabu. Tattoos. Ah. Das hat auch können. Okay. Hm. Naja. Wir werden nicht schlauer, habe ich das Gefühl. Zigarettenpapier. Okay. Gut. Ähm. Ich suche kurz weiter. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschö.